Wir kommen jetzt zu einem unserer vielen Stargäste, die wir anzubieten haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es war ein weiter Weg über Hollywood, meine kleine Welt, my little world, über Dancing Stars bis hierher nach Oberbullendorf. Und ich weiß, Sie werden eine große Freude haben und Ihnen einen großen Handvoll Applaus geben. Hier ist the one and only Waterloo! Ah, Lockytown! Musik 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 Die Western Cowboys, Dankeschön, Dankeschön, Burgenland, Dankeschön, Groß Petersdorf, Dankeschön, Oberpullendorf, Dankeschön, ich komme zu dir, weißt du überhaupt, warum, dass ich heute da bin? Naja, weil du gefragt bist natürlich, nicht? Es sind so viele Leute nach dir gefragt. Gefragt, gefragt, sind so viele. Aber ich bin da wegen diesem jungen Burschen, der war damals, der Christian Pöschl, war damals glaube ich sieben oder acht, Christian, ja, sieben oder acht Jahre, da hat er gesagt, Hansi, sollte ich einmal ein großer Star werden und ich mache ein Video, dann komme ich, dann bitte musst du kommen, bitte komm, bitte komm, bitte komm, Ich komme, du brauchst mir kein Mail, du schreit, kein Fax, gar nichts, du rufst mich an, ich bin da, ich bin einer, der die Handschlagqualitäten voll durchzieht, ist ganz wichtig und natürlich, habe ich gesagt, komme ich nur dann, wenn die größte und beste Westernstadt Österreichs auch dabei ist, nämlich Lucky Town. Die weißen Kojoten vom Lucky Town, ja, hier sind sie, ich bin stolz, dass es kommen wird, ich freue mich sehr, viel Glück, alles Gute, wir sehen uns wieder. Wegen dem bin ich da. Ja, wunderbar, ich habe es gerade, ich habe es zuerst einkonferiert, von 100 Millionen verkauften Hollywood. Ja, 100 Millionen sind es nicht, aber es sind sehr viele. Es sind so viele, wie, wir haben es einmal recherchiert, wie die gesamten Bands, Schlager, Fachleute, Volksfachleute und alles zusammen, haben wir damals am meisten verkauft. Sie alle zusammen, muss man sich vorstellen, mit einem Lied, weltweit, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, die Geschichte von Hollywood damals. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich danke Ihnen. War auch großartig, war auch großartig. Danke dir. Ja, und dann der große Punkt mit Dancing Stars, da warst du auch einer der ganz Großen. Da warst du ja einer von den ganz Großen. Da war ich gar nicht mehr dabei, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, oder was das ist. Nein, eines noch dazu, weil wir jetzt so viele, ein paar Tausend da sind, ich danke jedem Einzelnen, der für mich gewotet, hat, ich danke euch schön, denn dadurch bin ich weitergekommen von A bis Z. Das muss man sich vorstellen, ohne Tanzkunst, ich habe nie tanzt vorher, aber eines wollte ich transportieren, das habe ich versucht und gemacht auch und das ist mir gelungen, vor allem bei den Kindern, bei den Frauen, bei den Männern weniger. Ich habe den Menschen, den Hansi, den Wartelow als Mensch transportieren können, dass es ein paar Menschen gibt und an dem arbeite ich jeden Tag und das ist das Wichtigste für uns alle auf dieser Welt. Vollkommen richtig, bin deiner Meinung, voll und ganz. Dankeschön auch. Wir waren in der Unle, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wartelow. Dankeschön.